Oh, ich hab den Piloten erwischt, ich hab den Piloten erwischt. Wie sind wir? 6? Oder nicht? Den haben wir dann mal schon ein bisschen früher verloren. Ne, da vorne sitzt es auch hinten drin. 1, 2, 3, 4, 5. Ich geh trotzdem nur 5. 2 vorne, 3? Ja, ebenso saßen 3 hinten und keiner vorne. Oh, Luca, guck mal im Chat. Echt? Ich seh da nix. Uuuuh, Luca ist ehrenlos. Wer ist dieser Claude da? Luca, Luca mega richtig. Wer ist dieser Luca mit K? Kenn ich nicht. Ja, den kennst du auch nicht, weil der heißt Luca mega nicht ehrenlos. Und Luca mit K? Mega richtig steht da, du. Also langsam wird's peilig, ne? Ja, der spammt so sehr nach unten, ich kann das oben gar nicht mehr lesen. Bei uns aber zwischendurch sieht man immer wieder einen Perry ehrenlos. Haha. Der Perry wird's nicht los. Ich kann mich noch an den Kill erinnern, wo wir auf dieser Insel waren, oben. Da war ein Zuschauer, das war ja nämlich ein Community-Game, so mit Zuschauern. Ein Zuschauer bringt uns vorher so zwei Autos, hat uns aus der Wüste abgeholt. Dann besorgt er uns noch ein Helikopter, das wir die neue Insel erkunden können. Den er sich mühsam über zwei Stunden zusammengefarmt hat. Vor dem Stream, nur damit er mit uns spielen kann. Der Perry nimmt den Helikopter, lässt sich dahin fliegen und knallt den einfach ab und übernimmt den Helikopter. Guck mal, da rechts ist ein Bagger. Echt? Sollen wir den mal anbaggern? Oh mein Gott, warte, ja scheiße. Oh mein Gott. Der Perry topst sich auch jedes Mal selber. Ich hab mega Bock auf die kleine Insel, aber wir kommen mit dem Auto dann nicht hin, ne? Stimmt ja. Klar, lass einfach hin. Na doch doch, mit dem Transit schon, oder? Nee, nicht mit dem Transit. Ja, ja, mit dem Transit. Wie denn? Nee, mit dem Transit bleiben wir stecken. Stimmt, mit dem Transit bleiben wir stecken, scheiße. Aber alle Reifen sind grün. Na und? Dann würde ich es einfach mit vollem Speed gegenfahren, oder wie? Immer wenn ich in diesem Auto sitze, hab ich das Bedürfnis, meinen Kopf auf meinem Tisch zu legen. Aber was machst du dann? Dann entspannst du dich nur ein bisschen, ne? Ach, denn ich, ich könnt nicht lausche euren... Das ist die M24, die beeinflussen mich. War so richtig ehrenlos von dir, weißt du, mein ganzes Tagesplan durcheinander, hier, von wegen, hier, Aufnahme und so. Und dann bin ich da, und dann frage ich nur so, ey Mucca, bist du da? Und dann so, geschnarcht, so mitten ins Mikro rein, hat irgendwas vor sich hin gefaselt, von wegen so, Ah, Mucca ist gut, Mucca ist der Beste. Kennst du, ich wach noch auf, sehe nur so, you're dead. Guck so, alle in Teams wie gemütlich, so, hm hm. Guck so auf die Uhr, ich so hm hm. Erstmal so eine Aufnahme angemacht, eingeguckt, was passiert ist. Oder vor uns rennt einer. Hat er sich hingelegt? Ja. Peri fährt übrigens, ne. Das ist ein Bambi, er schießt ihn, er schießt ihn. Oh, da schießt einer mit einer Lee Enfield. Oh mein Gott, der schießt auf uns. Oh mein Gott. Ja, dreht doch nicht weg. Ich wurde angeschossen mal wieder. Komm, gib ihm was. Oh, Bein hoch. Ich überfahre ihn. Er hat mich angeschossen. Du musst ja anders. Blutest du auch? Und andererseits sind sich hier gerade irgendwo. Komm, so eine Bischung. Der Junge den Bisch noch mal ablegen. Come on, please. Oh, Heisenberg. Oh mein Gott, wie er empfiegt. Da oben. Da blutet ihr beide? Ich nicht. Nö, nö. Bin nur verletzt. Mach grad auf, die macht hier gar kein Damage. Ich mach bei ihm das Magazin leer. Kommt, alles in die Statistik, dass du daneben schießt. Hey, warum überfährst du die eigentlich? Du redest erst mal wieder mit Direct Communication jetzt. Hi, ich bin Leso. Oh, oh. Oh, vor uns. Ein dicker Heli. Können wir gegen ihn kämpfen? Nee. Ich hab Angst. Wer hat uns doch übersehen, ne? Wir werden so was nicht sterben. Bleib mal schnell, bleib mal schnell. Lass mich mit raus, lass mich mit raus. Ihr könnt weiterfahren dann. Wenn ihr rollt. Nein, nein, nein. Vergiss es. Der fliegt weg. Hoff ich. Ich lass ihn nicht weggehen. Hör auf! Unser Tod. Ja. Hey, wir sind schlank, dass er weggehen wird. Oh, der hat mich echt gut getötet. Nein, ich bin tot. Ich auch. Was haben die denn für eine Waffe, ey? War das diese AK-Heli? Das war... Ne, ne, das war der Black Hawk. Das ist einfach PKP. Das ist einfach nur PKP. Ja, aber nicht mit so einer Waffe. Der hat gleich mit dem ersten Schuss mega getroffen. Lol, die sind noch einen rausgeschossen. Good job, Desu! Der M16A2 aus 25 Metern. Ist der Pilot unsterblich? Nö, ne? Nee, kann man rausschießen. Ich lauf da grad hin. Kommt ihr wieder hierher? Ja, ja. Ach, bist du wieder da, oder was? Ne, ich bin immer noch da. Ich bin noch nicht tot. Okay. Mach die ganze Zeit einfach da auf den. Wir hatten von uns ne Mod gehabt, oder war das so ein Typ, den... Fabi braucht Moschinen. Peri hat eine MK-Mod. Wo bist du Fabi? Fabi! Der kann auch die Mod so lange nehmen, wie du dich haben. Stimmt, ich nehme ihm die Mod, ne? Mach dich, ich dauerfeuer auf den so. Dass der Heli beschädigt. Boom, 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 boom. Heli down. Heli down. Ich hab's grad nicht gesehen. Das ist ein normaler Survivor. Engine aus, der stürzt ab. Echt? Nö, bei mir fliegt der nur. Ist da ein Survivor bei euch? Ja, ja. Knall den ab. Ich komm jetzt, ich bin jetzt mitten auf dem Feld. Nö, nö, ich bin ja ehrenlos. Ja, ey, sonst klaut er unsere Gewaffen. Soll ich den jetzt töten? Ja. Ja. Ich komm jetzt da, ich bin am Auto, ich bin am Auto. Siehste? Aber die Engine ist irgendwas kurz ausgegangen. Nö, irgendwie meine Tasche. Ja, die Tasche ist noch nicht da, weil wir hier grad schon da dran sind. Achso, okay. Ah, jetzt ist sie da. Jesu, geh mal mal in Backpack und gib mir ein Blatt weg. Ich hab grad eins von Kyrie noch aufgenommen. Okay, auch gut. Der hat wieder einen Gunner, der hat wieder einen Gunner. Äh, kannst du mir eins geben? Der hat den Gunner wieder aufgelesen. Der Heli hat wieder einen Gunner, aufpassen. Fliegt er schon? Ja, ja. Oh Gott. Ich wollt grad den Piloten rausschießen. Der ist ja auch wieder gesporen. Oh mein Gott, das desink. Oh, ich hab den Piloten erwischt. Ich hab den Piloten erwischt. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nein, alle sind tot. Alter, ich leb noch. Ich bin tot. Boah. Schnell da hinlaufen, alle die leben. Alle, alle sind tot. Auch du? Alle sind tot. Nee, nee, ich nicht. Die ganzen Leute, die den hatten, die sind tot. Okay, verbinde dich und guck, dass da kein Bambi außer wir hinkommt. Ich hab nicht mal irgendwie Schaden. Ich komm grad angerannt. Ich komm grad angerannt. Da, da ist sogar einer. Der kommt von Gags im Wald. Zwei Leute. Zwei Survivor. Die stehen hinter Bäumen. Die stehen hinter Bäumen. Ah, ich seh einen. Ich kann die von der Seite töten. Harry, geh mal aus meinem Schuss bauen. Alter, jetzt konnte ich grad nicht schießen. Einer läuft wieder weg. Ich, ich lauf jetzt dahin. Ich töte jetzt einen von denen, ne? Ja. Jo, einer ist tot. Nice. Und einer war, einer war hinter mir noch. Der ist aber wieder weg gelaufen. Der hat glaub ich gesehen, dass da zu viele sind. Harry, du hast jetzt die ganzen Heli-Reparaturteile, ne? Ja, ja. Dann lass mal, äh, zu der Dinge ins Mies spawnen. Weißt du, was ich meine? Ja, sollen wir nicht erst auf Mucca warten? Und dann mit dem zusammen. Der ist doch hier. Achso, ja. Du musst noch looten. Wo ist denn mein Loot? Überall verstreut. Aus der Stadt schießt irgendeine dicke Waffe. Ja, ist auch 50. Ja, ist auch 50. Da ist meine Waffe. Da hat er hier eine Fire Station. Die Cross-Dinger sind jetzt alle leer, sagt ihr. Ja, da müsste noch überall dein Loot sein halt, was du hattest. Ja, ja, den hab ich hier. Da schießt einer aus dem Wald. Mit einer Muck halt drauf. Und wir nehmen jetzt einfach alle Main-Waffe in die Hand. Alles, was mit einer Pistole ankommen, wird einfach getötet. Ah, das hier ist deine Leiche, ne? Ja. Boah, ich hab mir nicht richtig viele Painkillers gefarmt dadurch. Guck mal, haben wir ein Heli runtergeholt. Genau so hätten wir das mit der AK machen müssen. Einfach drauf spoilern. Mit einer MK-Mod einfach... Ich hab keine AK-Magazine mehr. Egal. Egal. Sonst können wir dich nicht so gut unterscheiden von den anderen. Sonst können wir dich nicht so gut unterscheiden von den anderen. Da kommt einer angerannt. Und wo? Von rechts. Hinterm Baum steht er mit einer Pistole an. Egal, wir können weiter. Ja, komm, das ist einfach jetzt nach Starrysat. Folgt mir einfach. Wo ist der da vorne, ne? Laufen bitte ohne Toro. Wenn wir eine MK-Mod haben oder so, einfach Dauerfeuer draufhalten. Oder eine DMR, geht auch. Wow, wow, ich werd angeschossen. Ich bin umgefallen. Von wo? Irgendwo vor mir. 2, 3 Meter im Wald. WTF? Kannst du mich im Anteil verbinden? Nee, rechts von uns ist auch einer mit einer Pistole. Warte, von wo jetzt? Nee, der ist tot. Ah, ich seh den. Ist fattet. Ich hab sehr wenig Blut. Ohnmächtig, oder? Ja, ja. Müsste. Ich hab noch weniger Blut. Wo bist du jetzt hier? Ich lag neben dir. Du standest hier. Alter, ich seh dich. Du bist immer anders in der Erde gerannt. Ich bin jetzt bei dir. Wer hat denn die MK-Mod der Perry, oder wer? Oh, du bist krank? Ja, oder so. Okay. Aber ich glaub wirklich, das ist ein Hacker. Wo soll der grad die M16 wieder haben, wenn er von da kommt? Kannst du mir ein Bloodback geben? Ich hab eins im Momentan nur. Ich hab auch noch ein Antibiotika. Noch ein Painkiller. Aber einer von uns hat auch eine M16, weil der hat eben, ich glaub der AD soweit ist. Der hat zwei Kills mit der gemacht. Wer hat die ersten beiden aus dem Hegel? Der hat drei, du hast ja Antibiotika im Rucksack. Du hast drei, du hast ja Antibiotika im Rucksack. Okay. Hinter uns, hinter uns ein paar. Wir töten alle Bambis, ne? Ja, ja. Hinter uns ist einer mit einer Taschenlampe. Ich hab nur Antibiotika im Rucksack. Nein, die doch nicht. Meine verloren. Der hat die Waffe fallen lassen. Der versteckt sich trotzdem. Dann komm, wir laufen einfach. Luka, welcher bist du? Nein, ich schieße. Nein, Muka. Ich bin vorne der. Muka, 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 Muka. Wir lassen heute kein Lame. Wir lassen heute keine Lame. Wir sind so schon zu viele. Wir finden nicht genug Essen. Und wow, wer schießt auf mich? Wir kommen, lass los. Wer da war's? Welcher bist du, Luca? Ich bin der... Ich bin der... Ich bin der hier... Ja, kommt drauf an. Wo laufen wir denn lang? Richtung, Richtung Süden. Wir kommen noch ein... Ist das ein Osprey? Richtung Süden, ja. Weniger ein. Richtung Süden. Hör ich dann ein Osprey? Ich glaube, es ist ein ein. Ein. Okay, dann komm, nach Süden laufen. Ich habe jetzt nur noch eine Hälfte. Ich gebe dir gleich ein Bloodpack. Irgendjemand läuft in die falsche Richtung. Ich glaube, Dese und Fabi laufen eigentlich absolut in die falsche Richtung. Ja, gehen wir... Perils kurz rüber gehen. Und sagen, wir laufen Richtung Süden. Ich hab... LOL, der ist abgestimmt. Keiner gestaunen. Ich glaube, der hat abgesprungen. Abgeschreck gesagt. Naja, mach doch. Wo soll er ihn abgestürzt? Äh, die ein, zwei hat abgestürzt. So ganz weit hinten. So. Aber wir laufen jetzt einfach hier weg. Damit es zu blöd. Verlieren nur Humanity. Dann... Upsala. Auf jeden Fall ist da eben ein Flieger abgestürzt. Irgendwas, was fliegen konnte. Man hat so ein dumpfes Boboom aufgehört. Hallo Fabian Scharf. Ich meine, wir spielen gerne mit euch zusammen, wenn wir weniger da sind. So wie letztes Mal mit Peri. Dann... Wenn wir nur zu zweit spielen, dann können wir gerne... So ein kleines Community-Game machen. Aber wenn wir so mit 5-6 Mann spielen, dann... Umgehen. Das dürfte mir auch nicht böse sein. Ich bin jetzt voll böse deswegen. Vor allem Luca hat ihn getötet. Das... Hä, nein. Peri ist ernein. Das war... Das war aber auch... Das war aber auch ein ganz normaler Kill. Der war ja erlaubt. Ist ja nicht so, dass der Luca auf einen Schieße so ein Fernglas benutzt, um gegen Zombies... sich eine Taktik zu überlegen. Das ist ehrenlos Luca. Ne, ich wollte euch nur beschützen, deswegen hab ich ihn getötet. Ich hab jetzt 4 Survivor-Kills. Luca, das ist so, als ob du Mädchen schlägst. Richtig ehrenlos von mir. Luca, irgendwie sehe ich nur zwei die hier hin. Ja, irgendwo... Keine Ahnung. Dann laufen wir ohne Ding ins. Oh, ich hatte jeder beschossen. Wortschüsse. Man, der erwischt aber auch genau mich, ne? Ah, ein Bein gebrochen. Verdeckt er. So, was ist ehrenlos. Es ist immer noch irgendwas auf uns. Ja, der liegt auf dem Boden. Ah, nice. Oh mein Gott. Wer schießt denn hier noch? Oh, aus dem anderen Wald. Aus dem Wald gegenüber. Hast du den gesehen? Nee. Jo, ich seh den. Wo ist er? Ungefähr? Im anderen Wald. Oder? Ich kann ihn nicht hitten. Äh, hinter einem Baum. Ich hab den dreimal voll... Also zwei Mal mega... Oh Gott. Der schießt. Da ist er. Jetzt hat er sich wegge... Jo, ist umgefallen. Der liegt dahinter im Baum. Wenn du den rushst, äh... Ließt aber noch wer? Echt? Wird ja noch ein bisschen beschossen. Der ist grad umgefallen. Der liegt da jetzt ohnmächtig. Wo genau? Wo denn? Wo denn? Ich hab den immer noch nicht gesehen. Ähm, ich kann... Wenn du losläufst, kann ich... Au! Ne, das bist du. Das bist du. Ähm. Ich seh den auch noch so halbwegs am bluten. Hast du nen Kompass? Warte. Fabi, äh... Muka Fabi ist richtig hinter dir. Jo. Äh, genau östlich von uns. Ich seh da noch einen. Der liegt hinten. Ja, der schießt. Der liegt hinten an diesem... An diesem... Mit den... Na, Schornsteinen da. Wo dieses Teil ist. Davor liegt der. Okay. Der eine ist immer noch unmächtig. Ich bin grad von Zombies gehauen. Meine Chance. Okay, ich seh den. Ich seh den. Läuft weg. Ah, der ist weggerannt. Oh, du hast den eingetötet. Oh, MVP ist das. Okay, äh... Der hatte ne DMR, den ich angeschossen hab. Der andere hatte ne M24. Dann war das, äh... MVP, die mit dem Flugzeug abgestützt sind. Weil die sind ausgestiegen. Jo. Der ist in dieses Gebiet gerannt. Der kann nach hinten jetzt weggerannt sein. Ich bin mir nicht sicher. Fabi ist das hier? Fabi bist du das? Fabi ist hinter dir. Ja, 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 ja. Kannst du mal nach hinten decken? Okay, die gucken dann in den Stream und dann wissen die auch, dass wir... Stream snipen ist hier verboten. Okay. Dann dürfen die Parry eigentlich nicht töten. Sonst ist das extremer Streamsniper, was die machen. Ist schon ganz zufällig, dass die so, weißt du, dass die hier so auf einmal so ein Flugzeug abstürzen lassen, aussteigen, oder? Das ist schon, äh... Aber das ist egal. Jo Leute, ab hier aus beginnt noch eigentlich so ein kleiner Kampf mit Streamsnipern, mit viel sterben, immer wiederbeleben, weil es Bierloof ist und sterben und nochmal wiederbeleben und so weiter. Deswegen erspare ich euch das Ganze und mach mal hier ein Ende. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Über einen Daumen nach oben würden wir uns freuen, natürlich einen Kommentar auch. Hier oben habt ihr jetzt nur eins der letzten Folgen und unten die allerletzte Daisy Folge. Haut rein! Eine schöne Woche wünschen ich euch!